Musik 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 Ich kriege ich Oplenien nur durch eine Diamantspitze, ne? So, wieder da. Ich habe mich nur gerade gemutet, weil ich wussten musste. Ach so. Wie du letztes Mal. Ja, ein paar Mal öfter, aber das hat sich gelegt. Also so oft wusste ich nicht mehr. Sollte ich wenigstens nicht mehr. Aber bei mir ist es gerade schlimm, ich weiß nicht warum. Also bei mir hat es sich zum Glück gelegt, wo doch mal Zeit. Weißt du, was ich krass finde? Bei meinem Onkel wurde jetzt die Fingergruppe abgenommen. Denn sein Finger hat es zerquetscht. Ja. Das ist doch total egelhaft, oder? Das ist jetzt mal voll abartig. Ja. Na hallo, was machst du, wenn du kein Finger mehr hast? Das stimmt. Was bei mir auch vor, warte mal, ich glaube zwei Tagen festgestellt wurde. Dass du tot bist? Ach, wegen dem Knie irgendwas, ne? Nein, nicht Knie. Ich habe eine vergrößte Schildkröße am Hals. Ja, aber du hattest doch mal was mit deinem Bein. Ja, das habe ich immer noch. Ja, gut. Irgendeine Zerrung oder sowas. Oh, ist das ja so süß. Ja. Man, wo ich die Kuh hier gefunden habe, jetzt spawnte ich ja nicht mehr. Das ist doch so ein Mist. Und hier unten ist Clay, oder? Ach ne, das ist Cobblestone, verdammt. So. Ich will jetzt noch eine Kuh. Und ich will Diamanten. Du darfst mir keine Kuh cheaten. Ich darf mir keine Diamanten cheaten. Oh Mann, aber ich will eine Kuh. Oh, hier ist noch ein Schwein, das kann ich umbringen. Obwohl, ähm, man kann das gleich so oder so sehen, was wir gleich machen, oder? Hä? Also wenn ich die Truhe habe, weiß nicht, ob man das dann vielleicht schon als Cheap bezeichnen kann. So ein Mittelding, ne? Ja, aber du musst halt verstehen. Ähm, wir müssen die ja erstmal... Ah, nein! Na, du hast gehört, oder? Ja. Ja, tot. Ne, das noch nicht. Nein, tot nicht. Ja. Der Creeper macht Creep. Ja, Creep, Creep, Creep. Das ist schrecklich, so ein Sweeper. Einfach nur schrecklich. Und ich bin eben vollkommen komisch. Oh ja. Warum muss ich dir immer recht geben? Äh, weil ich es einfach kann. Oh ja. Und Selbstdissen. Ja. Das ist eine hohe Kunst. Ja. Geht in China ausgelübt. In China auch hier ist noch ein Vulkan. Es gibt gar nicht wie viele Vulkaner. Was heißt es wohl keine? Ne, Vulkaner. 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 Ich glaube, ich war hier schon mal. Ich bin einfach gerade ausgelaufen und bin trotzdem wieder hierher gekommen. Wesbys nach links gelaufen und bin auch hierher gekommen. Magic. Alter, wir brauchen noch eine Kuh. Was machen wir denn, wenn wir keine Kuh mehr finden? Ja. Redest du jetzt mal mit mir? Ja, ich bin am überlegen. Das wäre übelst gruselig, oder? Das wäre übelst der Horror. Aber ich muss nach Haus. Es wird Nacht. 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 Jetzt würde wieder so eine Kuh wie vorhin vorbeirennen. Das wäre so geil. Das wäre, das wäre so, so lustig. Ja. So. Bist du schon im Bett? Ne. Ah, hier spawnen schon Skelette. Oh man, jetzt bin ich gefangen. Ich muss jetzt nach, ich muss jetzt nach oben. Gehe nach oben. Wirst du verdammt sein. Ja, ich will nicht verdammt sein. Dann wirst du verdammt sein. Ich will es aber nicht. 100%ig wirst du es sein. Nein. Doch. Doch. Ich nicht. Und weißt du warum? Nein. Weil ich dein Papa bin. Warte mal, gab es in der 1.2 schon Endament? Ja, glaub schon. Oh ja, ja, auf jeden Fall gab es die schon. Seit der 1.0 gibt es das End. Also müsste es das theoretisch gegeben haben, ne? Ja, ist trotzdem Magic. Magic. Bist du im Bett? Äh, ne, noch nicht. Oh, ich habe Enderman gehört. Den tödlich gleich mal. Hallo, Enderman. Hallo, ich guck dich an. Ja, komm her. Hey, ich hab dir doch auf die Füße geguckt. Ja, gut. Komm her. Wo ist er jetzt schon wieder? Ach, komm einfach her. Mann, ich hab den fast gekillt. Und dir. Oh, ich hab komm noch Leben. Ach, da stand, you may not rest nowhere a monster neben dir, also. Ja, das war bestimmt der Enderman. Ja. Warte, ich muss nur noch ein was braten. Ja, was braten. Aber ess das nicht. Warum? Weil ich jetzt die Probleme, unsere Probleme gelöst habe. Was denn für Probleme? Hast du schon alles gefunden? Also, ich hab das Ding fertig. Du hast schon gecrafted? Ja, jetzt fehlt nur noch der Energiekondensator. Alter. Wo soll ich das Ding hinbauen? Und? In deine Wohnung, ne? Nein, warte, hier. Hier. Wo hier? Ja, hier, hier ran. Hier in die Ecke. Hier soll das denn? Ja, in die Ecke. Da muss doch später noch eins, zwei, drei, vier. Ja, später können wir das doch umbauen. Baust das mal da ran. Ja, gut. So, und du erklärst denn jetzt, wie das funktioniert? Ja, da tut man Schweinefleisch rein. Nein, also, das gibt's, jedes Ding hat einen EMC-Wert. Und da gibt's Collector, die stellen EMC-Wert her. Wenn man, nehmen wir jetzt an, so einen Gunpowder rein tut, und ein EMC pro Sekunde sind in 192 Sekunden ein Schwarzpulver da. So. Und so kann man dann, umso mehr man solche, ähm, Collector hat, oder die upgradet, umso mehr EMC stellen die her pro Sekunde. Und das ist sehr praktisch. Hab ich das gut erklärt? Ja. 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 Und damit kann man dann später vielleicht 60, 70 Diamanten in der Stunde kriegen. Ja, auf jeden Fall. Mindestens. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Ja. Und dann haben wir da später zehn Stück davon stehen, ne? Ja. Und dann, dann haben wir ausgesorgt für unser Leben. Dann sind wir nur noch am Bauen. Dann sind wir nicht am überlegen, was wir machen, sondern... Ne, da sind wir am überlegen, was... Alter, die machen grad den Dreier. Und dann haben wir drei Babys gezeugt. Ja, kann ich mir ja anschauen, ne? Nimm sie auf. Ne, das ist schon... Ja, ja, kannst du dir dann anschauen. Machst du da etwa grade einen vor, nur? Ganz bestimmt. Oh nein, ich hab ein kleines Schwein geschlagen. Aber es ist nicht gestorben. Du Tier-Mörder. So. Ich hab gesagt, was ich meine. So. Ich hab... Ich hab die ganzen Mamis und Papis umgebracht. Mamis und Papis? Ja. So. Das noch... Brauchst du noch ein bisschen Fleisch? Du hast Angst nur. Tu ich auch rein. Wo, 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 wo bist du jetzt Diamanten her? Du bist so verschwenderisch, jetzt mal erst. Weißt du, wie durch Diamanten herstelle? Um Energiekondensator herzustellen, brauchst du neun Diamanten. Ich hab den Fleisch gegeben. Ja, danke. Ja, danke. Meine, unter dir. Es ist unter dir. So, warte, ich nimm's mir gleich sofort. Wenn du stehst auf so ner komischen Treppe. Ich weiß. So. Danke. Äh... So. So. Ich wollte jetzt eigentlich ne Angelcraften. Ich hab schon acht Diamanten. Ja. Mir fehlt aber noch ein. Lol. Und dann fehlt uns noch Glowstone. Lol. Ich hab ne Angelgecrafted. Die sieht wirklich schon mal wie ne Angel aus. Soll ich jetzt angeln? Ja, mach mal. Au. So. Los Angelfischis. Schneller. Schneller. Komm. Komm. Komm Angel. Go Angel. Angel los. Hat nix gebracht. Los Angel. Jetzt Angel dein Fisch. Los. Mann, Erik, das funktioniert nicht. So. Erik, das ist gemein. Los Angelfisch direkt vor mir. Los. Komm. Komm Angel. Du schaffst das Angel. Mangel. Komm. Nein. War da jetzt was? Nein. Komm Mangel. Erik, irgendwie passiert gar nix. Dann machst du was falsch. Nee. Nee. So, ich geh jetzt ähm. Komm Fischi. Ich tue jetzt alles was ich nicht brauche in die Kiste und traue mich dann nochmal in die Nähte. Ich hab ein Fisch. Schön. Ähm. Und ich traue mich gleich sofort nochmal in die Nähte. Warum? Ich brauche Glowstone. Ich hab Angst vor Nähten. Ach ja. Brauchst du. 100%ig. Genau. Ich brauche 24 Stück. Mann, ich will noch einen Fisch. Okay. Mindestens eins. Aber 24 Stück wären besser. Wie viel EMC 64? 384 oder sowas hat. Äh. Nein, ich hab gerade bei Schweinefleisch geredet. Ach so. Ja. Glowstone hat 384. Glowstone Dust. Insgesamt 1536. Krass. Ähm. Da ist ein Gast. Kost. Kost. Wie auch immer. Ja. Ich hoffe, dass der mich nicht abschießt. Der Angel hat nur einen EMC Wert von 11. Ja. Rohstoffe. Was für nur Rohstoffe kostet denn für eine Angel? Sticks und Seil. Ja. Du bist gemein zu mir. Ich weiß. Oh yeah. Oh ja. Ich hasse diese Bäume. Wir müssen mal im Nähter eine Mine anlegen. Warum? Unter Ebene 32 findet man schon Diamanten. Ja? Mhm. Cool. Und dann bringt ein Diamanten jetzt hier durch den Maserator 2... Ja, aber du musst vorsichtig machen, weil ja alles explodiert und so. Ja. Aber... Alles explodiert nicht. Aber nur die Erze. Viel explodiert. Auch ich impfe. Dein ganzes Leben explodiert. Du weißt es nur noch nicht. Alter. Ich werde dich verlieren. Oh man. Warte mal. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Als kleiner Prost. Ja. Also so ein Diamant... Ähm... Neter... Diamant... Erz... Ja. Weißt du was ich für ein Gefühl immer hab? Was? Dass du mir nie zuhörst. Dass du mir nie zuhörst. Ja, du wirst mich verwessen, wenn ich sterbe. Ich hör zu. Wahnsinn. Nur mit meinem rechten Ohr. Aber das ist ja egal. Oder mit dem linken. Ich weiß es nicht. Ja, und Leute. Unser Minecraft-Server ist fertig umgebaut. Gerne drauf joinen, ne? Ja. Also nur noch für Premium. Craftmap.minecraft.de Das ist jetzt hier übelst die Schleichwerbung. Ja, aber das ist bestimmt schon wieder Folge 3, die wir aufgenommen haben. Wird das 2 oder 3 sind wir jetzt schon wieder? Nee, glaub ich nicht. Doch. Nee. Also mit unserer Telefondauer würden wir schon länger sein. Aber wir telefonieren ja schon wieder nicht. Ja, ja, wir sind wie solche Weiber, die die ganze Zeit telefonieren. Ihr wisst schon, diese, diese planten. Wo sie ist da? Also nicht, das ist jetzt nicht gegen Mädchen, sondern nur gegen die, die dumm sind. Erich ist eins davon. Hm. Aber, aber nichts gegen Eric jetzt. Ja. Weil wir lieben ja alle Eric und ja. Gegen mich, gegen mich kann man ja nichts haben. Nein, kann man gar nicht. Ne, ne? So. Was soll ich denn gleich in den Energie-Collector-Dauerhaft reintun? Babys. Kannst du da Babys reintun? Äh, wie wär's erstmal mit dem Vorschlag? Eisen oder sowas? Oh, das ist ein sehr guter Vorschlag. Äh, ich glaub, uns fehlt schon fast wieder Eisen. Ja. Eisen ist irgendwie Mangelware. Nee, Entschuldigung, alles ist Mangelware. Nein, einfach nicht. Und das wäre? Dirt. Da hast du wohl recht. Und wenn wir einen Krabby haben, doch alles. So. Oh. Ja, deswegen muss ich vorher noch den Phosphor-Stein herstellen. Oh ja, den brauchen wir auch noch zur Reparatur. Hä, nein. Ich dachte, das war der Stein. Ne, dieser Phosphor-Stein ist der schöne Stein, der dafür sorgt, dass wir... Ach ja, ich weiß also, na ja, ich weiß. Ist der schöne Stein, dass wir aus Goldeisen herstellen können? Ja, ich weiß es. Und hier UU-Matter brauchen wir. Ach ja, genau, dafür brauchen wir erstmal Strom und wir schwafeln jetzt über Sachen, die wir erst in 50 Folgen erledigen können. Ach, das können wir schon... schon morgen. Ja, stimmt, wenn wir jetzt durchspielen, bestimmt. Dann haben wir morgen frühs geschafft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, Hole. Tschüss. Untertitelung. BR 2018